Das heutige dritte Video, ein ältere Kondensstreifen, eine neuere Kondensstreifen, dass man ganz genau sieht, die Behauptung, dass aus Kondensstreifen Wolken entstehen. Ja, zwar wird damit ganz etwas anderes gemeint, also aus Kondensstreifen entstandene Zirren und aus den Zirren entstandene Zirrenwolken, was etwas ganz anderes ist, dazu komme ich noch, nicht in diesem Video, aber heute sage ich was dazu noch. Aber, was ich sagen wollte, das ist der andeutige Beweis, dass die Wolken aus diesen Abgasstreifen oder Abgasstrahlen, ist es wurscht, wie man das jetzt da bezeichnet, entstehen. Weil das ist andeutig zu sehen, wie es entsteht daraus. Und dann haben wir diese flachen, trockenen Wolken daraus.